Direkt in der Schöner Fabrik finden wir die Ernährungsberatung Chemnitz. Und damit eine Anlaufstelle, wenn es um das maßgeschneiderte und ganz individuell richtige Ernährungskonzept geht. Denn der Stoffwechsel eines jeden Menschen ist quasi so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Während alle bisherigen Konzepte davon ausgingen, dass es nur eine optimale Ernährung für uns alle gibt, wird bei Metabolik Typing ein ganz persönliches Ernährungskonzept erarbeitet. Das hat gar nichts mit einer Diät zu tun. Es ist einfach eine Bestimmung, welche Nahrungsmittel sind für mich gut, welche Nahrungsmittel sind für mich nicht so gut. Das ist alles, was wir rausgeben. Bei uns muss niemand Diät halten und es muss auch keiner hohen. Keine Diät, kein Jojo-Effekt, keine einseitige Ernährung von Salatblatt zu Salatblatt. Grundlage für das Ernährungskonzept, bei dem wir quasi ganz nebenbei Gewicht verlieren, sind die sogenannten Ernährungs- und Stoffwechseltypen. Ermittelt werden diese per Messung innerhalb weniger Minuten. Anhand der Auswertung kann dann ganz einfach festgelegt werden, welche Nahrungsmittel für welchen Stoffwechsel gut sind. Und ein schneller Stoffwechsel sorgt nicht nur für weniger Gewicht, sondern auch für geistige und körperliche Fitness. Wir messen das ja nach. Dann schaue ich nach, was für ein Ernährungstyp sie sind. Es gibt da vier verschiedene, ein Beta oder ein Glyko oder ein Sympathikus oder ein Parasympathikus. Dann gibt es nochmal Unterteilungen. Dann kann ich nachmessen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Eiweiße braucht derjenige. Und dann auf denjenigen zugeschnitten bekommt er seine Nahrungsmittellisten, wo der muss noch ablesen braucht, was für ein Gut oder Schlechtes. Hier in der Ernährungsberatung Chemnitz wird ihr ganz persönlicher und individueller Fahrplan für eine für Sie optimale Ernährung erstellt. Wer mehr über Metaboliktyping erfahren möchte, der kann direkt per Telefon einen Beratungstermin vereinbaren. Auch im Internet finden Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick und zwar unter www.pfirsichscheibchen.de